Ein natürlicher Lippenaufbau ist heute das Thema hier bei MAC Aesthetics und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Behandlung, die hier direkt schon einmal begonnen hat. Heute formen wir die Lippen einer Patientin neu, die einen Wunsch hat nach größeren und ästhetisch schönen Lippen und ich denke, das haben wir auch heute wieder wunderbar hinbekommen und können uns zufrieden verabschieden.